so damit wären wir wieder hier und haben wir ja die eva vom letzten mal die alte da ich brauche nicht Ich habe wirklich alles, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung, dass ich mich für die Begründung verletzt habe. Ich habe mich wieder zurückgebracht. Ihr habt euch gearbeitet? Ich glaube schon. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Gebiet, wo wir jetzt hinkommen, das, wo ich das Schwert habe, was ich bei meinem Hauptkrack immer noch benutze. Ah, okay. Ne, habe ich nicht, okay. Dann machen wir mal Teleportation zurück in die Colidrole. Und sie scheinen mir, dass die Kathedrale das Zentrum aller Reisen ist. So, das war dann hier, abgeschlossener Raum. WUSCH! Und fast Trouble. Protidrole des heuligen Blutes. Ach. Ah je. Ach ja. Ach ja, ach ja. Und was ich auch nicht jetzt erst erfahren habe, dass The Last of Us 2 schon draußen ist, ne? Ja, das kam irgendwie in den letzten Wochen irgendwann raus, ne? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Das war plötzlich einfach da. Das wurde mir auch so gestern auf YouTube vorgeschlagen. Aber es sieht mega geil aus, ne? Das sieht so gut aus. Ich meine, ich habe den ersten Teil gespielt. Und trotz, dass das auf der Old-Gen noch war. Also das Spiel kam von der Old-Gen. Ich habe das auch auf der Playstation 4 gespielt. Sah schon geil aus. Aber das ist nochmal das i-Tüpfelchen, ne? Ja. Ich meine, das wäre schon ein zweiter Los für mich, ne Playstation, so ne? Ja, ne Vierer. Ist der zweite Teil nicht für die 5 draußen? Die 5 ist noch nicht draußen. Ja, wenn sie rauskommen, meine ich. Ja, das weiß ich. Aber ich glaube, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich kommt dann so ein Remastered schon dafür raus. Aber wer weiß. Ich meine, man hat nicht gespielt. Da war ja auch The Last of Us Remastered. Muss ich eigentlich da hinten noch im Regal liegen haben. Ja, ich habe den ersten Teil leider nicht gespielt. Ich habe ihn nur auf Youtube geguckt. Ja, war schon echt amüsant. Tatsache, jetzt ist die Tür auf. Hier konnte ich nicht durch. Okay, ja dann. Reisen wir mal wieder durch den Untergrund hier, wo sich die Maulwurfsraten durchgebuddelt haben. Oh yeah, Aschenhöhle. Oh, ich ne Pudel. Wo bist du denn? Ich bin hier. Hallo. Hallo. So, dann lassen wir es sehen, ja. Ich versuche mich grad an den Boss von dem Gebiet zu holen. Ich bin der. Oh. 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 Abgeknallt. Ingerichtet. Warst du schon an der Mistel von dem neuen Gebiet? Äh, ne. Ich bin jetzt grad, äh, unter der Kathedrale da bei der ersten Mistel und jetzt bin ich wieder in dieser Höhle da. Und wieder da reisen muss bis ins nächste Gebiet, weißt du? Nichts. Oder kannst du dich schon auch einladen? Ne, ich kann hier schon. Ja, dann ruht sie grad raus. Hm. Was hätt ich nicht gedacht, dass das geht? Eigentlich geht es ja nicht in Gebieten, wo du schon... Also hier war es noch nicht, aber ich stempel das jetzt mal ab als einer dieser Unterführungszunnel, die dich zu naherem Gebiet führt, ne? Oh, das kann gut sein. Ich weiß nicht, wo du gerade rum bist. Irgendwo unterirdisch unter der Kathedrale. Ähm, so, also wir hatten jetzt schon Schneebium, wir hatten jetzt hier schon eine Kathedrale, eine verwüstete Stadt. Was eigentlich noch fehlen würde, wäre irgendwie was am Strand oder in der Wüste. Mal gucken. Stand Episode. Was? Stand Episode. Fun Episode. Fun Episode. Ja, damit das Spiel auch zeigt, was, was alles bieten kann hier, weißt du? Ja, aber die brauchen ja nicht an der Episode, die haben eine heiße Quelle. Das ist der, das ist die Alternative dazu. Yeah! Oh, schon ein Cutscene. Jack. Mieses Schwein. Eva! Du hörst? Was für nur diesen Handy? Nokia 5000 oder was? Kommt ihr gleich, ey. Hallo! Die Kamerlisi! Die Kamerlisi! Danke für das Schwert! Was? Genau, wir nehmen das an dich. Genau, wir nehmen das an dich. Wir sind jetzt Midell. 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 Das ist die ganze Zeit im Ergebnis. Das ist nicht so, dass ich, mal so ein Teil der Rund strach will. Vielen Dank. Ich schaue mir plötzlich ein Öl. Mal wie angekündigt wurde. Du wirst? Woher? Aber du musst mit dem sein eine Drecksarbeit erledigen. Ja. Ah, jedes Mal dasselbe. Jack, du bist nutzlos. Wir gehen auch. Ich kann mich nicht mehr verletzen. Jack. Nee, 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 jedes Mal dasselbe, Jack. So. Dann schreiten wir erneut weiter durch diese Hülle. Dann haben wir wieder einen Gegner. Eng. Abgeknallt. Das war ein Scharfschützer. Du mehr. Und getötet. Aufnehmen. Aufnehmen. Feuerschutz. Aha. Oh, nee. Notzignalzimmer rum. Renden. Ja, ja. Ich muss gerade da auch noch hin. Ja, ja. Gegenstände für den kleinen Platz im Winter. Ja, doch. Oh, wo? Ach, da oben. Bock auf ihn. Ey, ja. Dieser Feuerball von Ivo, der macht Schaden, ey. Will er auch. Ein Schneck, Schneck. Da haben wir noch mehr. Ach, fetz es. Genau. Schleimbällchen, du. Da waren jetzt hier das röte Ding, du. Hier. Oh, hallo. Ein Wiedergänger hat auf deine Hilfe hoch reagiert. Germany, Sieg. Ramienski. Sehr schön. Jetzt können wir hier warten. Nicht wahr? Io. Deine fett magst du hier. Eisequellen 2, bei einem entspannenden Bad in einer... Oh. Schon vorbei. Moin. Moin. Hast du dich wieder umgezogen? Jo. Jo. Normal. Mal alles ausprobieren hier. Ja, ja. Warum nicht? Au. Man kann es auch übertreiben. Ja, sorry. Man kann es auch übertreiben. Er macht das schon mit seinem Sledgehammer da. Ja. Ja. Der Hammer Gottes. Der Hammer Gottes. So, dann müssen wir ja eigentlich da links oben sich für ein rotes Gedöns. Hä, von wo? Eh. Jetzt habe ich wieder keine Alkohr, Mann. Ich habe meine Kapuze gar nicht an. Tschüss. Nicht runter. Und wieder hochlaufen da. Hm. Ich mache das ja alle alleine. Ich bin zu mächtig. Selbst die Admis können ich nicht mehr aufhalten. Ich studiere. Aua. Ich schicke es dir doch nicht. Äh, hiermit zuerst ist es da oder da? Äh, ist hier oben noch was? Ja, da geht es runter. Ja, hier. Was ist hier? Hallo? Oh, Feindkontakt. Feind! Hallo? Hallo, gehen wir doch jetzt da noch. Ja, ja. Haben wir Zeit. Hallo, Feind. Hallo? Ja, Mann. Nie, hab ich Eiko. No. Come on. Nicht getroffen. Look up. Ey, Eiko, mach den Platz. Der Ramachik, da. Dunkle Magie setzt sie ein. Weiß ich doch. Alter, thymisches Material. Aua, ich hab ne Kiste. Kiste. Aua. Waffenkiste. Was fügt denn mir da Schaden zu? Hier, die Schnecke. Da ist bei mir nichts. Das hängt jetzt auch hier schon an. Schein, schein, schein. Gewaltiger Hammer. Aha. Äh, ich glaube, meine Klamotten haben sich irgendwie ein bisschen verpackt. Mein Schleier von hier vorne. Ja, das hängt vorne. Komm, die Arona. Ey, die sind bei mir im Boden. Ja, die wollen halt nicht von ihr geprüft werden. Ja, die nicht. Die haben erkannt, wie mächtig du bist. Oh. Ein Hammer ins Gesicht. Oh, guck du mir her. Scheiße. Scheiße. Ruhig. Und den Echsen. Ach. Oh, und so lange die Kattone. Genau, yo. Setzt eine dunkle Magie ein. Mach dir wieder seinen Tanz. Ja. Gymnastikübungen. Unbeschädigter Malkas. Hier ist ein Mistel. Hier ist ein Mistel. So. Eine Verbindung wurde unterbrochen. Was? Ich wollte doch nur an die Mistel dran. Ich habe noch gar nichts gemacht. Kannst du direkt hier ausruhen. Das Spiel wurde im Offload-Modus fortgesetzt. Oh. Das Spiel hat sich gerade offline gestellt. Oh. Um was zu erlernen, musst du einfach nur im Kampf benutzen, ne? Ja. Okay. Und wenn dir steht unzureichend, musst du doch noch irgendetwas sammeln, oder? Was? Ja, das flackert so komisch. Das steht unzureichend. Ich kann das nicht erlernen. Ach so, ja, dann, äh, du kriegst halt die Fähigkeit, nennst du halt aus den Erinnerungen der Personen, die die Fähigkeit benutzt. Scheiße. Das heißt, ich muss es... Deswegen musst du die Fähigkeit erfinden. Scheiße. Also die Erinnerung. Da habe ich schon was zu tun im Nächsten. Peng. Kicks. Und hinrichten. Out. Eio, nicht so wild hier. Ah. Haben sie einen Hilfssträger? Ja, ja. Ui. Genau. Dankeschön, Dio. Kommst du nicht rein, oder was? Hm? Kommst du nicht. Ich bin, 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 bin noch im Laden. Ach so. Nur ein Signal sucht. Sie haben ihn jetzt gefunden. Ja. So, hier, hier oben. Hallo, Vigga. Den nächsten Dunengrund. Oh je, das wird dauern, bis wir das alles hier erkundet haben. Ja. War da wieder so ein... Ein Ritter, oder was das ist? Moment. Moment. Herr. Der ist mir nur auf. Der der. Müssen wir nur... Dann lass den gleich einfach um die Ecke gucken. Ja, der ist eh schon mal gut. Ja, er ist wieder da. Ja. Jetzt haben wir noch keinen Schuss mehr. Scheiße. Da kam halt der hier in die Ecke. Hab ich irgendeinen... Der der ja. Yeah. Der will dich haben, Oliver. Hey. Siehst du nicht? Oh, der sieht doch gut. Ich hab grad geguckt, ob ich in den Fernkampf angefangen habe. Ach so. Boah. Loot. Loot for games. So. Hier haben wir wieder eine Missile. Sehr schön. Die brauchen wir. So. Warum mach ich meine Kapuze schon wieder nicht an? Ja, dein Waifu will die Haarpacht allen zeigen hier. Und? Und? Ja, du hast noch nicht zufrieden. Du hast noch nicht zufrieden. Gehen Sie! Das ist... Meine Klamotten haben sich immer wieder verhauen. Warte mal... Geil, das ist doch sogar. Perfekt. Wir müssen mehr von den Steinen sammeln. So. Du scheinst Erkennungsmarken zu brauchen. Scheiße. Dogtags von gefallenen Soldaten. Meine Klamotten haben sich hier wieder verknockt. Ja, du hättest ja nicht so große Persönlichkeiten geben dürfen. Sonst verhängern sie sich da immer drinnen. Oh Mann. Warte, geht's da auch noch weiter? Ja, hier geht's auch noch weiter. Zu näher. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht mehr an die Steinen an. Hehehe. Ei! Dreck-Signal hinten. Fang! Fang! So. Gimme dat! Oh, schick, wo kommst du näher? Hallo! Hehehe. So. Einmal auf Boden geschlagen hier. Schwarzbluterlöser. Aha, lass mal sehen hier. Äh, ne. Ne... Ne... Nein. Nein. Schwarzbluterlöser. Das ist einfach nur so ein längerer Anfangs... Äh, anfängs... Anfangsmandel, oder? Hm? Tick,ick? Ja. So, so wie die Jedi in... in den höchsten maps weiß man da in stadt alex erzähle den hammer der rechtlichkeit die von sie dort seit dem lebenskämpfer noch ein also hier ja auch noch was du hast bock noch ohne schwimmen zu gehen nach unten im radioaktiven tschernobyl wasser doch warum der hallo gegner so nahe scheisse ich will den hammer Aua, 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 Aua. Hutz. Aua, ich wollte meinen Hammer nicht. Die wissen nicht, wie es wird. Oh, noch wieder so eine rote Steinchen. Ja, kommst du näher. Schubs! Hahaha. Wie die Drecksau. Hier geht's nicht weiter. So. Wollen wir wohl hier rein. In den Reaktor-Kern. Oh, wen haben wir denn da? Das sieht aus wie ein Miniboss. Ja, es ist ein Miniboss, aber bereits schon vor. Nee, komm nicht rein. Vergoldeter Jäger. Ja. Das ist ein Miniboss. Ja. Das ist ein Miniboss. Also ich habe im Nachhinein gehört, das war leicht schwer gewesen. Was ist ein Miniboss. Ow! Oh! Oh! weg da Oliva weg da nein Oliva Aua 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 Scheiße war ich zu nah Aua Boah Ui Scheiße Oh scheiße Tschüss Nein Oliva Scheiße wie gut Ich hab die Lifestyle erinnerung Leichter erinnerung Los ich euch schaffen wir noch Quick Ich glaub mit dem Ich hab das echt nicht so Probleme Aua Mann Nein Ihr wurden bezwungen scheiße ich allein Wuh 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 Aaaa Au Alles ok Nein Ich wurde hingerichtet Klingt auch nicht so wenn ich ehrlich sein soll Scheiße das stimmt gar nicht dass er vergoldet Sonst wär ich durch seine neue Rüstung gebohrt wie sonst was aber Das war alles so geprankt Das ist eine Goldschicht auf der Rüstung Das ist eine Goldschicht auf der Rüstung Blattgold genau Wir müssen ihn aber jetzt tüten Weil da ist mein ganzer Loot drin Hm Und den du traurig Schlecht Den du traurig Äääää' 3 2 3 4 ok 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 sowieso haben wir schon so eine ekel gefangen land genau diese fischer die dich spucken mit deine kleidung lustig wird weiß ja die deutsche fischer sind das Wie soll er sein? Ja. Er ist gut. Ich weiß es. Du bist so schnell, oder? Ich weiß es. Du kannst doch die Karte. Du bist so schnell. Du kannst doch nicht mehr. Kick, kick, kick! Und der Echsen! Du ziehst sie in alles draußen, ne? Jaja, ich bin dabei. Tod dem Schild, Mann! Da ist es, Nikola, zurück! Nikola, no, not again! hier wohl können könnte ich den jetzt aus dem Pokéball werfen auf den Gegner, der wird ihn bestimmt platt machen ok ah shit, im Poké der Aktoke in Chechnobby boah, nicht auf mich, oh heil nicht komm aaa eh er hat mich abgesehen er ist der Nächste dran da ist aber einer stinkig hey, haben wir überwäsch? äh, nein, 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 aaaah oh 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 ja oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020